Musik Zwei Weidhofener Institutionen verwöhnen sie am 14. Februar ganz besonders. Blumenresi-Kunden werden am Valentinstag mit einem Käschen setzend vom Schlosswirt überrascht. Im schönen Ambiente der Alten Post präsentiert sich die naturale Welt der Blumenresi. Sie verwendet vielfach Blumen aus der Region und komponiert damit Geschenke, die Freude bereiten. Nicht vergessen, Valentinstag am 14. Februar. Zwei, die sich gefunden haben. Beim Schlosswirt erhalten nämlich die Damen im Restaurant einen Blumengruß von der Blumenresi. Andreas Plappert wurde erst kürzlich zum Wirt des Jahres nominiert und serviert am Valentinstag ein blumiges Menü. Im stilvollen Ambiente des Rotschildschlosses wird man täglich kulinarisch verwöhnt. Der Echte, der Regionale, der Schlosswirt. Valentinstag, 14. Februar mit doppeltem Genuss. Musik Hochqualitative Bio-Kosmetik. Bei den Hoflieferern.